Hallo und Willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin Odo und wir sind zurück bei Disco Elysium. Letztes Mal haben wir die Gruppe Ruby getroffen, die versucht hat uns umzubringen. Zumindest, also vielleicht nicht versucht hat uns umzubringen, aber zumindest war das was sie mit uns gemacht hat. Sie hat viele Lebenspunkte gekostet mit dem was sie da getan hat. Ja, ja, natürlich. Das habe ich total vergessen. Zwischen den zwei Aufzeichnungen an denen ich Zeit gehabt habe. Ich habe total vergessen, dass ich noch das Journal habe, dass ich diesen muss. Ähm... Let's just do it, shall we? Okay, okay, okay. Das schon mal. Wo ist es? Da. A thick journal. The cover is worn like someone used to carry it around in their back pocket. I mean the cover. It's made of full grain leather. The lower left corner of the back cover sports and embossed brand name. Schneller. Schneller. German. Ähm, wie ihr alle, die mir zuhört, wenn ich das ganze auf Deutsch bringe. Wenn das ganze Spiel auf Englisch ist. Schneller is a stationary brand from Godwald, beloved among architects and engineers. Oh. Jetzt werde ich Geld bekommen. Zeh ich nicht mehr. Sie hatte gut taste. Sie muss hier hier festgelegt haben, was sie hier sehr kurz gemacht hat. Unwind die Strap. Okay. The journal falls open. About two thirds of its ruled pages have been filled. Hmm. Stop their hand. The large cursive of someone who writes quickly and confidently. Perhaps too confidently. Many phrases and even paragraphs have been crossed out, with tiny corrections scrawled above and in the margins. Okay. It's a mix of logistical notes, diagrams and personal reflections, all dated. Das ist gut. We could learn a lot from this. What kinds of logistics? It's mostly noted down in code. Looks like contact information. Quantities, directions. Oh. Über ihre Drogenhandels. There could be useful information about local operations in those notes. We have a junior sergeant at my station who's good with code. I can give this to her after we finish this. Mm-hmm. Professionalism is his coping mechanism. What are they like themselves? Esoteric radio technology. The most recent ones probably pertain to the latitude compressor, sketches, calculations of distance and density. You make out a familiar spiral shape. Mm-hmm. Anything? No. Short, wry observations of people and places. Probably a way to pass the time on the road. Also, what appears to be attempts to sort through some difficult decisions. There are a few passages with many questions in them. Okay. Staff issues. Always tough on the leadership. You smell traces of betrayal. Mm-hmm. How far back to that? The first entry is from August 2nd of last year. It reads simply, I know my position is precarious. All I can do is make myself as useful as I can while looking for a way out. Remember, no one is indispensable. Mm-hmm. What did she write the date that died? Nothing on March 4th. March 5th though. Well, that's bound to come back and bite me in the ass. I'm bad at this. Loyal to a fault. Except, but that's another matter entirely. She is referring to betraying her previous employer. Does this suggest she did it in self-defense? Hmm. Anything about La Puta Madre? That name isn't mentioned as far as you can tell. Small wonder. Would you talk about La Puta Madre in your journal? You do see an M though. La Puta Madre. M is mentioned on March 9th and March 15th. Great. M's peon is coming to town, no doubt to investigate the lynching. But also, I feel it in my gut to finally put a bullet in my head while I'm napping in my lorry or on a smoke break. Well, I won't stick around just to twist my own neck by constantly looking over my shoulder. Then again, isn't that what I've been doing ever since I got the call? Things played out, just as she had feared. Except, you didn't shoot her. Hmm. That's true. Not me. I wouldn't do something like that. What a coincidence. No, we are no killer. No, not even the old you. No, you would do that. Thank you. Been holed up here for three days now. I'm used to being alone and all, but I don't know when I'll be able to leave. Or if I'll be ratted out. They will rat me out, of course. I've made it a point to believe in the best in people. The boys, for example. But, experience tells me. Did M feel truly betrayed by me? I was feeling threatened. He'd have to know if he threatened people. They'd take measures to protect themselves. Even I know that. Economic measures first of all. Gotta make a living, right? I can still hear his voice in the receiver. Taste the plastic. Okay. Puta Madre hat's ja so bitter. The entry ends abruptly. The 9th is when we arrived. The 10th, 11th, 12th. No, that's not. How long are we here? What's the most recent entry? The most recent entry is from today. It reads, even when I leave here, if I leave here alive, what's my next move? Staging a lynching is a crime, even if I'm not accused of murder on top of that. Forever on the run. Not really my idea of the open road. Man, I was really looking forward to winning. I don't think she killed a mercenary. It looks like she might have been framed. This whole thing was a detour. And a fatal one, he thinks. Not only him. Don't get emotional. So she died for nothing. She killed the merc and turned the gun on herself. Case closed, it's so dirty. Okay, what do you mean framed? By the Hardy Boys? By Classier? By us? Then who do you think killed Merc? Kim, am I really a Laputa Madre agent? No, I don't think you are. Ask someone in your precinct if you want to be sure. He truly does not believe you are. Perhaps he shouldn't be so trusting. Perhaps. Then who do you think killed the merc? Perhaps he was the one who pointed the finger at Rudi. Perhaps she was trying to steer us away from herself. Or... Seems plausible. I don't know. But no one heard the shot. Maybe she had an accomplice. Either way. We need to keep an eye on her. One thing is for certain. We have business back in the whirling and rags. Questions to ask. We should get to it. Yep. Sollten wir. We should get to it. I think I would have to take a life point. Oh, I don't take a life point anymore. I am full of life points. Hehehehe. 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 Drama ist so großartig. Vision bringt uns Moral. Moral ist ja nicht gut. Wir haben so viele Punkte, wir sollten die verteilen. Reaktionspeed. Authority vielleicht. Reaktionspeed. Wir haben Fortschneid. Reaktionspeed. So, Return to the Verling in Rex und Iolaputama Dresbion. Fante Insulinion Phasmid. Ah, da könnten wir vielleicht noch vorher raufgehen. Wer weiß. Vielleicht jetzt. Du. Weg. Tuck. Ah, jetzt sind wir da unten. Titler sind weg auf jeden Fall. Schauen wir noch einmal zum Phasmid vor. Tuck mal diesen Push. Tuck mal. Tuck mal. Tuck mal. Tuck mal. Tuck mal. Da sind irgendwelche Kieferbrennen. All die Trappen sind jetzt stoppt. Und noch keine Sicht der Phasmid. Ich muss da irgendwo einen Check schaffen. Für ein Picknick mit ihr. Okay. Können wir... Wieso können wir nicht von hier direkt... Ja, I'm Nobles. Echt jetzt? Wieso können wir nicht direkt von hier dort rüber... Müssen wir echt bei der Kirche sein, damit das funktioniert? Finde ich seltsam. Wir sind doch bei der Kirche. Das Spiel... Okay. Zurück zum Wöhrling in Rex. Da sind wieder die Kinder. Und die alte Dame. Sprechen wir mal mit ihr über die Ruby. Unser Tenant, der Polizist. Ich hoffe, die Wälder dich nicht auf der Nacht halten. Was kann ich dir helfen? Nein. Wir können nicht über Ruby sprechen. Oh, warte mal. Hat er nicht irgendwas zu kaufen? Der Legend! Er ist zurück! Und erstens habe ich Schrauben und Piss... und ein bisschen Speed, um alles aufzupacken. Ja, das ist ja... Na, doch nicht. Alkohol, Zigaretten und Speed. Das war nachdem, die... Wir... ...wenn wir nicht hierherher. Dich nicht. Oh, das war die Krise. Ah, doch, doch, da geht's rum. Warte mal, das Fussabdrück ist... Seems the walker was either very confused or drunk out of his mind. Das waren wahrscheinlich unsere Fussabdrücke. This is it, the scene of the party, the fire pit, cigarettes and empty bottles all evidence it. Hold up, don't you mean scene of the crime? Yeah, sure, does look like a lot of folk here. Looks like they were here a while, judging from all the bottles. The sunken motor carriage provided them a focal point, like a goose ice sculpture or a chocolate fountain. Hey, Kim, looks like we've had a couple of probios here. Looks like it. Looks like they had a great time laughing here. This was some kind of theater to them, a circus production by a great clown. Hey, let's keep moving, detective. Somehow, he doesn't want to dwell on it. Tio. Man kann immer noch neue Dinge finden. Find ich gut. Nachdem das schnell nicht gegangen ist, muss man so zurückgehen. Jetzt geht's. So. Okay. 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 Kim, der ist in der Nähe. Ja, ich höre Komotionen. Let's go. Gut. Be ready to take damage. Be ready to take damage? Hat er da was gegen damage? Ich glaube nicht. Ritter hat was, aber Ritter ist auf der anderen Seite. Da müssen wir an dem vorbei wahrscheinlich. Oh, er hat zu. Na gut. Okay, irgendwas für meinen damage. Nein, er ist weg. Okay, na dann schauen wir mal, was könnten wir zur Verbesserung der allgemeinen Situation anziehen. Ich nehme mal an Hand-Eye-Coordination werden wir brauchen. Immerhin hat es das gesagt. Reaction Speed ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Äh, Rhetorik ist vielleicht auch Logik. Eigentlich sind die alle nicht schlecht. Kann man auch irgendwas mit Hand-Eye-Coordination-Reaction Speed, aber wir müssen uns auf der Rhetorik. Ich nehme mal an, ich nehme mal an, ich nehme mal an, ich nehme nicht mehr als eine andere Kappe, ich nehme mal an, ich nehme mal an, ich nehme mal an. Ich habe noch andere Kappen, Plus 1 Logic, ich nehme einen Cancer-Genau. Was mit dieser Kappe? Was mit dieser Kappe? warte mal dich nehme ich obwohl pain threshold Oder vielleicht schon den Nennen letztens gebraucht weil, ah warte mal, das ist vielleicht Rüstung. Rüstung ist nicht schlecht. Oh, Hand-Eye Coordination. Nein, das lasse ich mal an. Schuhe? Composion minus Saviour Fair, was können d plus mp? Vielleicht habe ich bessere Schuhe irgendwo. Was können d plus mp in Japan? Ich glaube, das ist besser als mp in Japan. So, unsere Hosen können was? Reaction Speed. Oh, bitte. Was haben wir da noch für Hosen? Elektrochemistry? Nein. Keiner braucht Elektrochemistry. Nicht nachdem wir ein Drogending sind. Ein Anti-Drogen-Cop. Hosen haben wir keine gescheiten. Handschuhe. Was haben wir da für welche? Plus eins auf Half-Life. Hm. Elektrochemistry. Was ist das? Inter... Ne. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas auseinandernehmen müssen. Und das war's. Mehr Handschuhe haben wir nicht. Der Hut wäre cool gewesen, wenn wir den noch hätten. Aber den mussten wir ja unbedingt hergeben. Was kannst du? E plus eins und Project minus eins. Hm. Was kannst du? Warfare plus eins, Visual Calculus minus eins. Visual Calculus erscheint ein relativ wichtiges Sache. Also das ist ein relativ wichtiges Sache. Das ist ein relativ wichtiges Sache. das war's wahrscheinlich konnten wir deswegen nicht direkt zum berlin in rex wenn uns diese fahrung geben wollte das ist ein febriere streamen in his eyes welcome to the fucking reckoning put your damn gun down people are gonna get hurt we need to talk this through alright shut up you're not gonna talk yourself out of this loincloth shit fuck this is the mercenary at the gates his chest rises and falls under the ceramic breastplate his fingers reach for the butt of his sidearm okay say nothing kim what's going on here shhh this is a misunderstanding nothing irreversible has happened yet you can just return to your unit and forget all about this the kip is merciful willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander i think we should just kill everyone okay okay sie haben wir noch nicht gesehen gehabt aber sie dürfte die frau im lookout gewesen sein so schlecht jetzt sind die 25 minuten vorbei sind äh ich glaube wir werden hier aufhören weil das dauert sicher länger das dauert ja ich hoffe wir sind hier am anfang einer szene wo offensichtlich irgendwas schief gehen kann viel schief gehen kann wir sehen uns bald wieder bis dann das ist quasi ein gefänger dieses mal so Uuuuh!